In diesem Video geht es um die besten Laptops. Der Qualitätssieger in unserem Laptop-Test geht an den Huawei MateBook D15. Verlieren Sie sich im 15,6 Zoll großen IPS Full-View-Bildschirm. Mit einer unglaublichen 87% Screen-to-Body-Rate und 5,3 mm schmalen Einfassungen, ist er perfekt für die Arbeit, um Filme zu schauen oder kreativ zu sein. Schlank, elegant und für unterwegs. Das edle Metallgehäuse ist nur 1,53 kg schwer und 16,9 mm tief, sodass Sie das Full-View-Display überall genießen können. Die Tiefe beinhaltet keine Fußbolster. Die tatsächliche Messung der Tiefe kann je nach den tatsächlichen Produktunterschieden variieren. Blaulichtfilter im Display mit weniger Blaulichtermüdung vorbeugen. Der Einschaltknopf des Huawei MateBook D15 hat einen eingebauten Fingerabdrucksensor, sodass Sie den Laptop mit nur einer Berührung anschalten und sich einloggen können. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Lenovo 6723. Das 15,6 Zoll Lenovo Laptop ist mit einem Intel Celeron N4020 2x2,8 GHz Prozessor ausgestattet, der für Office, Heimarbeit und Internet genügend Leistung bereitstellt. 8 GB DDR4 RAM, HD Plus Display, eine große 512 GB SSD stellt mehr als genug Platz für Ihre Daten und Anwendungen bereit. Nur 1,8 kg, großer 7 Stunden Akku, 8 GB DDR4, Webcam, HDMI, Kopfhöreranschluss, Mikrofon, Bluetooth, USB 3.0. Das Laptop-Gerät ist sehr leise gekühlt und sehr leicht, entspanntem Arbeiten und Internetsurfen steht somit nichts mehr im Weg. Windows 10 Professional 64 Bits ist mit allen Treibern installiert. Außerdem installiert Shinobi Ihnen kostenlos ein Microsoft Office Paket als Vollversion. Dieses Gerät wird in Deutschland von Shinobi fertig zusammengebaut und getestet. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Laptop-Test ist das HP Chromebook 14a, ein fantastisches Micro-HD-Display und Lautsprecher von BNO sorgen für Entertainment der Extraklasse. Einfach zurücklehnen und genießen. Mit einem leistungsstarken Intel-Prozessor, viel Speicherplatz und langer Akkulaufzeit schaffst du alles, was du dir wünschst. Das ist Spielen und Arbeiten in einer neuen Qualität. Integriere immer sicher und aktuell deinen bevorzugten Chrome-Browser und nutze bequemen Zugriff auf eine Riesenauswahl an Apps im Google Play Store. Genießen Sie die Sonne und Ihre Lieblingsinhalte mit diesem entspiegelten Display. Das Display ist nicht reflektierend und kaum glänzend, sodass es im Freien nur wenige Spiegelungseffekte aufweist. Durch die perfekte Kombination aus Leistung, geringem Energieverbrauch und Hochwertigkeit funktioniert Ihr Gerät reibungslos und zuverlässig, da die Arbeitsleistung auf zwei Prozessorkerne aufgeteilt wird. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.